Ja, hallo liebe Leute, nach einer längeren Pause mache ich mal weiter hier mit dem Teil hier, mit diesem Flügelrad für den Impeller. Ich habe den mittlerweile auch gedruckt, allerdings nicht so, wie ich das hier gemacht habe, beziehungsweise den habe ich auch gedruckt. Es gibt keine Chance, das mit Support zu drucken, das sieht einfach nur übel aus. Deshalb muss man hier dafür sorgen, dass diese Flügel hier unten wirklich mit dem, hier mit abschließen, sodass man die wirklich liegend drucken kann. Ich habe das dann sogar mit dem Raft gedruckt, weil das sich so auch nicht drucken ließ, weil eben die Aufstandsfläche dieser Flügel hier zu gering war. Dann haben die sich so abgebogen, mit dem Raft hat das dann ganz gut geklappt und natürlich habe ich auch hier noch was geändert gehabt. Aber jetzt machen wir erstmal das, was macht man, damit man die hier so drucken kann. Einmal sind die für einen Druck relativ flach vom Winkel her. Die kann man steiler stellen und wenn man die steiler stellen möchte, dann sollte man auch hergehen und nicht so viele nehmen. Ich habe ja hier, ich glaube sieben Stück und das sollte man vielleicht mal auf fünf reduzieren. Das mache ich jetzt gerade einmal, gehen wir hier auf das Polar Pattern, machen da eine fünf raus. Und schauen uns das mal an. So, was jetzt direkt auffällt, ist, nö, das fällt nicht auf, das geht immer noch. Die Pocket geht, die Pocket geht auch. Also jetzt habe ich nur noch fünf von diesen Flügelchen. So, dann haben wir hier die Sketche, einmal den inneren hier, da haben wir, wenn ich das richtig sehe, hier einen Winkel festgelegt. Und den Winkel, den machen wir jetzt mal ganz locker auf 20 Grad. So, dann ist das ja hier irgendwo mit dem Abstand festgelegt, das haben wir hier. Und den Abstand, den reduziere ich jetzt mal auf drei. Ja, und dann können wir das vielleicht sogar noch ein bisschen weniger machen. 2,8 machen wir mal. So, und dann schneide ich das hier ab. Das heißt, da zeichne ich jetzt eine Linie ein. Von da nach da. Ja, und dann machen wir hier das weg, das weg und das weg. Den können wir auch noch weg machen. So, dann könnte man das auch wirklich so stehend drucken. Das heißt, diese 2,8, die merken wir uns einfach mal. So, jetzt muss man hier noch gucken. Das Teil hier, das bemaße ich jetzt einfach mal. Wo haben wir jetzt hier noch was? Okay. Der wird natürlich hier drauf fixiert. Und schon ist das eine fixierte Zeichnung. Ja, okay, nehmen wir die so, schließen das. Und dann machen wir das auch noch mit diesem Sketch hier. Das heißt, mal gucken. 2,8 und Winkel, der ist da auf 25 geworden. Den machen wir jetzt mal auf 35. Dann können wir das hier ein bisschen 2,8. Ach nee, es muss ja größer werden. Machen wir da mal 3. 3,2. 3,1. Machen wir ruhig die 3, dann haben wir es hier so schön abgeschnitten. So, da zeichnen wir jetzt auch wieder so eine Linie rein. Von da nach da. So, die ist jetzt auch hier drauf. Und dann machen wir wieder. Klicken wir das an, was weg soll. So, der da auch. Weg. Und der, der kann einfach so gelöscht werden. So, das wird bitte hier drauf. Und das Maß 1,42. Gucken, wo haben wir denn jetzt hier noch. Okay, der muss natürlich waagerecht sein. Waagerecht, wo bist du? Horizontal, hartrücken. So, jetzt ist die auch eingeschränkt. Einmal schließen. Und dann sieht das halt so aus. Ja, hier das Ende. Das gefällt mir nicht so richtig. Nehmen wir mal hier hin. Gucken uns den an. Der sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Und das Polar Pattern davon. Das sieht auch vernünftig aus. Aber hier mit dem Pocket hier, da stimmt nicht alles. Gucken wir uns das mal an. Das liegt hier drauf. Ich denke, da müssen wir noch mal die Pocket 3 da drauf verbinden. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Sketch 003, du bitte. Und dann klappt auch die Pocket. Nun, das sieht ganz vernünftig aus. Und dann haben wir noch die zweite Pocket hier. Gucken wir uns mal an. Das ist ja dieser 68 mm Radius. Und das müsste eigentlich auch funktionieren, dass wir den jetzt da wieder abziehen. Dann haben wir die wieder schön rund abgeschnitten. So, das Teil. Da kommt jetzt hier noch eine weitere Konstruktion rein. Und zwar, da kommt ein Loch da rein. So, dazu muss ich mal gerade meinen Impeller hier. Ach, da habe ich noch einen liegen. Was war das für ein Durchmesser? 4 mm. Das heißt, da kommt ein Loch rein. Wir müssen den Body erst mal aktivieren. So, dann hier ein Loch rein. Also Zeichnung. Loch. Durchmesser 4 mm. So, das wird eine Pocket. Und das durch alles. Und dann machen wir hier noch was drauf. Und zwar noch eine Zeichnung. Wird auch mittig. Dann kommt einmal hier das Loch von 4 mm. Und das machen wir dann so. Einmal bemaßen. 4 mm. Das Maß hier. Das ist relativ egal. Machen wir mal 8 mm. Schließen das. Machen eine Aufpolsterung. Dann können wir die hier so unterfahren. Ja, so sieht es gut aus. Okay. Und dann kann man das Teil halt exportieren. Also diesen Körper. Starung E. Exportieren als STL. Und das machen wir ins Verzeichnis. FreeCat. Na, wo bist du? FreeCat. Habe ich bestimmt hier unten noch. Das alte. Impeller. So, da machen wir jetzt. Impeller. 3 nenne ich das einfach mal. Speichert. So, das Modell. Das speichere ich jetzt auch noch. Kommt auch ins FreeCat. So. FreeCat. Impeller. Das ist jetzt Impeller 3. So. Dann können wir jetzt Cura starten. Da nehme ich wieder die Cura 4.1.3.1. So. Öffnen. Das ist wieder. Cura dauert ewig. Und er nimmt auch nicht das, was ich geklickt habe. Und dann müssen wir jetzt wirklich hier wieder suchen. Nach dem FreeCat. Und nach dem. Impeller. Und dann ist das Impeller 3. Body. Open. So. Impeller Blade. Damit da wichtig, falls es noch aktiv ist. Stützstruktur habe ich schon ausgeschaltet. Kann man sich jetzt hier so anschauen. Und einfach schlicen lassen. Gucken wir uns mal in der Vorschau an. So. Das ist jetzt mit einem Raft. Was man hier sieht. Das wird schwierig zu drucken sein am Ende da. Da müssen wir eventuell noch was am Modell ändern. Also gehen wir nochmal hier hin. Gucken uns diese Sketche hier an. Dann nehmen wir jetzt diese Linie raus. Und machen zusätzlich da noch hier eine Linie rein und eine da hin. Das darf rechtwinklig sein. Und das kriegt eine Länge. Ein halber Millimeter. Und das machen wir mit dem Äußeren auch nochmal. Man sieht da rastet schon wieder der eine aus. Den. Dann machen wir nochmal eine Linie rein. Und das wird rechtwinklig. Und das kriegt das Maß 0,5 Millimeter. Schließen wir das. So. Der hat schon wieder hier seine tollen 5 Minuten. Das heißt wir machen den hier sichtbar. Da müssen wir wieder Sketch 0,5 Millimeter drauf setzen. Sketch 0,5 Millimeter drauf setzen. Jetzt ist er wieder in Ordnung. Gucken wir. Die anderen müssten eigentlich auch in Ordnung sein. Na, das hat er nicht. das an bis dahin ist alles in ordnung dann der das wird oder weiß ich jetzt nicht welches ist moment 06 ok der ist doch richtig der pad ist sketch 07 vielleicht klappt er auch der klappt nicht du bitte sketch 07 das macht er wieder nicht noch mal sketch 07 kann keine skizze unterstützung abbilden ich glaube da müssen wir den aktiv machen dann selektieren dann klappt das auch und dann kann man den wieder machen und dann haben wir wieder alles so da machen wir noch mal ein export ruhig in den selben dieselbe stl datei speichern noch die fähkette teil hier einmal neu laden und es leisten und dann sieht das da schon besser aus mit den dem abschluss dieser flügelchen ok das tal kann man jetzt drucken und dann habe ich schon salz in einem gründer oder grinder wird das ding genannt habe ich das schon sehr fein gemahlen damit ich dann hinterher im backofen das halt backen kann dass das besser zusammenhält und dann kommen auch demnächst die versuche mit dem ja ist es mit dem drehen des impellers mit hohen drehzahlen das muss ich irgendwo machen stecken im keller oder was wo eben nichts passieren kann und was man hier jetzt noch machen kann ist die einstellung der druckplatten haftung draft da machen wir uns kurz weil dadurch dass ich das jetzt hier so flach gemacht habe ist der aufstand eigentlich genug und so kriegt man wirklich sehr gut funktionierende räder da raus oder es muss noch gedruckt werden ok ich danke fürs zuschauen wenn euch solche videos wie das hier gefallen so lasst auch gern ein abonnement da klick auf die glocke ihr werdet über neue videos informiert damit danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ich hoffe dass das video dann das sein wird wo wir im backofen halt das teil sind dann wenn ich das jetzt einfach mal und das darauf folgende video sollte dann die lauftest sein ok dann bis zum nächsten mal tschüss